15 Jahre ist es her. Trauer am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Am 26. April 2002 erschießt der 19-jährige Robert Steinhäuser hier 16 Menschen. Nie zuvor hat es an einer deutschen Schule einen Amoklauf mit so vielen Opfern gegeben. Damals waren wir völlig überrascht und auch völlig ausgeliefert der Situation. Uns konnte auch sehr spät erst jemand helfen. Denn vor der Schule herrscht Chaos. Die Rettungskräfte und die Polizei sind mit der außergewöhnlichen Situation überfordert. Niemand ist auf einen Amoklauf vorbereitet. Wir waren die Null-Serie. Das heißt, alles, was nachdem jetzt entstanden ist an neuen Konzepten, an Handlungsstrategien und auch an Übungen, basiert auf den Erfahrungen des Gutenberg-Gymnasiums und des Einsatzes dort. Auch sieben Jahre danach, beim Amoklauf von Winnenden, gibt es wieder Tote und Verletzte. Trotzdem, vieles läuft bei diesem Einsatz anders als in Erfurt. Da müssen wir bei allem Schrecklichen, was passiert ist, aber auch ganz deutlich sagen, viele Schülerinnen und Schüler in Winnenden verdanken ihr Leben genau dieser Tatsache, dass man aus Erfurt gelernt hat. 15 Jahre nach dem Amoklauf in Erfurt ist es Zeit zu fragen, sind wir heute besser auf den Ernstfall vorbereitet? Erfurt-Gutenberg-Gymnasium. Tag der offenen Tür 2017. Die Schulleiterin hier ist damals wie heute Christiane Alt. Über den Amoklauf spricht sie nur noch selten. 2002 steht sie ganz oben auf der Todesliste des Täters. Sie hat überlebt und freut sich heute umso mehr, dass der Zulauf zum Gutenberg-Gymnasium nach wie vor ungebrochen ist. Fest steht, dass diese Geschichte zu dieser Schule gehört. Von 1909 bis in die Neuzeit hat sie vieles erlebt, über die Kriege, über die Zeiten der DDR. 1991 wurde aus dem Haus das Gymnasium und dann ist 2002 der schwersteste Tag in der Schulgeschichte. 26. April 2002. Am Erfurt-Gutenberg-Gymnasium laufen die Abiturprüfungen. Seit 9 Uhr vormittags brüten die Schüler über ihren Aufgaben. In jedem Raum mussten ja mindestens zwei Lehrer sein bei Abiturprüfungen. Und ich schätze mal, pro Jahrgang, Abschluss haben hier ungefähr immer 100 Schüler, das ein Großteil in der Aula war und die anderen kleineren Gruppen in zwei Klassenräumen. André Förster hat an diesem Tag keinen Prüfungsdienst, sondern ganz normalen Unterricht. Und hab dann 10.20 Uhr mit dem Unterricht begonnen, das war meine erste Stunde an diesem Tag. Und nichts hat darauf hingedeutet, dass da irgendwas komisch sein könnte. Unweit vom Gutenberg-Gymnasium packt an diesem Vormittag ein Jugendlicher seine Sachen. Doch es sind keine Schulbücher, die er in seine Tasche legt. Es sind scharfe Waffen. Der 19-Jährige hat einen Waffenschein und ist Mitglied eines Schützenvereins und Sportschütze. Die Waffen hat er offiziell gekauft. An diesem Tag aber wird er damit viel Leid und Schmerz auslösen. Der junge Mann ist Robert Steinhäuser. Was Steinhäuser damals bewegt, weiß der ehemalige Klassenkamerad Peter Erich noch genau. Es war, glaube ich, eine sehr große Wut über Misserfolge, die er dann immer auf Lehrer persönlich bezogen hatte. Man müsste mal aufräumen, hat er gesagt. Fragte man, wie müsste einfach mal einer durch die Schule gehen und dann wieder Pistole aufräumen. Zwei Monate zuvor ist Robert Steinhäuser vom Gymnasium geflogen. Der Grund, viele Fehlzeiten, die er mit gefälschten Krankschreibungen belegen wollte. Nun will er Rache. Gegen 10.45 Uhr taucht an diesem Freitag Steinhäuser im Gutenberg-Gymnasium auf. Im Flur trifft er auf den Hausmeister und fragt nach der Schulleiterin. Er sprach mich ganz normal an, ob die Frau Alt im Haus ist. Und ich habe gesagt, Frau Alt ist im Haus, aber wahrscheinlich wird sie nicht zu sprechen sein durch die Prüfung. Und der Schüler war ganz normal in dunklen Sachen gekleidet, aber unauffällig. Steinhäuser geht auf die Toilette im Erdgeschoss, um sich zu maskieren. Sein Plan? Zuerst will er die Schulleiterin erschießen. Doch er trifft nur die Sekretärin an. Weder zu diesem Zeitpunkt noch später gibt es einen offiziellen Amok-Alarm in der Schule. Niemand kann gewarnt werden. Das war das Problem, dass ich keine Möglichkeit hatte, meine Lehrkräfte und meine Schüler im Haus über aktuelle Situationen zu informieren. Selbst als die Polizei eingetroffen war, war das nicht möglich. Heute haben wir die Möglichkeit, in alle Klassenräume, in alle Bereiche des Hauses, Flure, entweder separiert oder alle zusammen über Situationen zu informieren. Und zwar vom Dachgeschoss bis in den Keller. 2002 gibt es diese Durchsagen nicht. Der Täter läuft ungehindert weiter durchs Schulhaus und tötet. Die Schüsse sind nicht überall zu hören. Und so läuft in manchen Etagen der Unterricht ganz normal weiter. Auch der Biologieunterricht von André Förster. Dann ging bei mir die Tür auf. Die Schülerin aus der 11. Klasse guckte mich mit großen Augen an und sagte, Herr Förster, nehmen Sie Ihre Schüler und machen Sie sich heraus, hier wird geschossen. Der Hausmeister hat die Schüsse gehört und läuft nach oben, um nachzusehen. Und habe auf der Hälfte der Treppe eigentlich schon die ersten Opfer liegen sehen. Erschossene Lehrer im Flur. Vom Täter keine Spur. Im Sekretariat findet der Hausmeister die Sekretärin sterbend am Boden. Er ruft die Polizei. Hallo, hier ist Pfotenhauer, Gutenberg-Gymnasium. Es kam dann erst die Frage, ob ich mir sicher bin, dass es mit einer echten Waffe geschossen wird. Oder ob es bloß eine Schreckschusspistole ist oder irgendwie sowas. Und da habe ich gesagt, es ist definitiv eine scharfe Waffe, denn ich habe Tote und Verletzte hier. Was am Gutenberg-Gymnasium damals genau vor sich geht, weiß in diesem Moment noch niemand. Auch Polizeihauptkommissar Andreas Duporn fährt damals mit seinem Kollegen zum Einsatzort, ohne zu wissen, was ihn dort erwartet. Er ist 2002 der erste Polizist, der am Gutenberg-Gymnasium eintrifft und übernimmt die Einsatzleitung. Unsere Information war, dass etwas am Gutenberg-Gymnasium geschehen sein soll, möglicherweise auch Straftaten. Aber weiter hat man uns nicht informieren können. Von außen ist für die Polizisten anfangs nichts Verdächtiges zu sehen. Deshalb kann der Täter weiter ungehindert durch das Schulgebäude laufen und wahllos töten. Ich habe meine Schüler genommen, habe gesagt, macht euch hier raus. Ich bin dann auch relativ zügig aus dem Sekretariat wieder raus und wollte eigentlich irgendwie die Schule räumen. Da war aber auch schon ganz viel Betrieb auf den Fluren. Die einen schrien, hier erschießt, hier wird Lehrer. Die anderen sagten, wir müssen hier raus. Es war also ein totales Chaos im Haus. Links und rechts kamen Schüler runtergerannt, die Taschen verloren haben, die Jacken zur Seite geschmissen haben, die riesengroße Augen hatten. Um zum Ausgang zu kommen, mussten viele Schüler an den Opfern vorbei und mussten teilweise über die Opfer drüber steigen. Die erste Dramatik, die ich für mich so oder auch für meinen Kollegen und für mich spürbar war, dass teilweise Schüler über den Zaun gestiegen sind oder gesprungen sind, obwohl daneben Türen, also eine Tür offen stand, dass hier irgendetwas die Schüler halt in immense Panik versetzt hat. Die Lage ist unübersichtlich. Andreas Duporn, hier auf Archivbildern zu sehen, versucht, die Situation in den Griff zu bekommen. Die Vielzahl von Hilferufen, von Stimmgewirr, von Flüchten, von wegrennenden Menschen, das hat alles dazu beigetragen, dass man das nicht im Kopf so schnell sortieren konnte, um möglicherweise dann auch gleich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Polizei hat keine Erfahrung mit so einer Situation. Für mich war klar, ich muss aus dem Haus raus, um die Rettungskräfte in Empfang zu nehmen, zu informieren und habe die Schule verlassen. Dabei entstehen diese Originalaufnahmen. Hausmeister Uwe Pfotenhauer rennt zu den Polizisten. Auch Lehrer André Förster, hier im gestreiften Pulli, hat die Schule verlassen und sucht Deckung bei Polizist Andreas Duporn. Da ist mir eingefallen, dass in meiner Tochterach da oben ist. An die hatte ich in der ganzen Hektik überhaupt nicht gedacht. André Försters Tochter ist mit anderen Abiturienten oben in der Aula. Dort haben sich die Schüler verbarrikadiert und hoffen auf Hilfe durch die Polizei. Aber das Handynetz ist zusammengebrochen. Ein Kontakt nach außen ist unmöglich. Und die Polizisten draußen warten auf das SEK, so wie es damals vorgeschrieben ist. Allen ist mittlerweile klar, das dauert zu lange. Das bedeutet, dass man natürlich grob abgleicht, was habe ich für Erfahrungswerte in diesem Moment, auf die ich zurückgreifen kann. Und muss ganz schnell feststellen, ich habe keine Erfahrungswerte, wie ich in dieser Situation die richtigen Handlungen bzw. die richtigen Anweisungen gebe. Deshalb kann Steinhäuser in der Schule ungehindert weiter töten. Durch verschlossene Türen schießt er hindurch. Verletzt so auch zwei Schüler tödlich. Mittlerweile hat die Rettungsleitstelle Erfurt alle verfügbaren Teams alarmiert und zum Gutenberg-Gymnasium geschickt. Auch Jörg Kirchner wird damals zum Einsatz gerufen. Minütlich kamen dann neue Meldungen von der Anzahl der Verletzten und Toten rein, wo sie natürlich dann schon so im Hintergrund so und so und so gesagt haben, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Währenddessen verfolgt der Todesschütze in der Schule eine Kunstlehrerin, die mit einer Gruppe Schülern auf den Hof lüchtet. Draußen schießt er sie nieder. Ich habe also dann mich umgedreht, als ich Schüsse gehört habe auf dem Schulhof. Und habe eine schwarze Gestalt mit einer Haube gesehen und gedacht, hä, was ist denn das? Ja, wer schießt hier bei uns? Wie viel sind das? Also gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Als dieser Schutzpanzer dann die Kunstlehrerin vom Schulhof geholt hatte, wurde die Kunstlehrerin ungefähr fünf Meter hinter mir hingelegt. Die Notärzte wollten sie behandeln. Und ich hatte dann einen Notarzt gefragt, was das jetzt wäre. Und er hat gesagt, es besteht keine Chance. Man kann sie also nicht mehr retten. Ich hatte recht frühzeitig Kenntnis von der Identität dieser Totenlehrerin. Und als wir dann in der Thornhalle die Kinder behandelt haben, da habe ich dann also die Tochter behandelt, die natürlich noch voller Hoffnung war, dass ihrer Mutter nichts passiert ist. In dem Fall wirklich, da ist man also mitunter, natürlich läuft es am eiskalten Rücken runter. Sie wissen um diese Information, schauen in die hoffnungsvollen Augen dieser Menschen. Das ist schon schwer, das muss man sagen. Der Täter flüchtet unbeherrlicht zurück ins Schulgebäude. Keiner hält ihn auf. Die Polizisten draußen sind unschlüssig. Manche wie in Schockstarre. Schließlich versucht doch ein Polizist, ins Schulhaus zu kommen. Erneut fällt ein Schuss. Der Polizist Andreas Gorski wird beim Versuch, dem Täter in die Schule zu folgen, erschossen. Für Andreas Duporn und seine Kollegen wird die Belastungssituation am Tatort immer extremer. Man realisiert erst sehr spät, was das mit einem macht, dass man seinen eigenen Kollegen und letztendlich auch guten Kumpel verloren hat. Währenddessen begegnen sich im Schulgebäude der Täter Robert Steinhäuser und der Lehrer Rainer Heise. Ich weiß nur, dass der Herr Heise bei ihm unterrichtet hat, oder der Robert bei ihm Unterricht hatte. Und Herr Heise ihm aufgrund seiner blauen Augen, die er erkannt hat, weil sie sich unmittelbar gegenüberstanden, ihn direkt mit Namen angesprochen hat. Robert, bist du das? Daraufhin nimmt Robert Steinhäuser seine Maske ab. Der Lehrer handelt blitzschnell. Er stößt den Amokläufer in einen Raum und schließt ab. Davon weiß man draußen noch nichts. Dort ist man immer noch planlos. Eltern wollen wissen, wie es ihren Kindern geht. Noch immer ist das Handynetz zusammengebrochen. Erst jetzt, knapp 30 Minuten nach dem ersten Notruf, trifft das Spezialeinsatzkommando an der Schule ein. Nun dürfen auch Rettungskräfte unter starkem Polizeischutz in die Schule. Darunter auch die Notärztin Simone Liebel-Biereige. Mit Schutzschilden umgeben, Entdeckungspositionen, weil es hieß, es kann immer noch geschossen werden. Und auch die Polizisten, die da standen, oder SEK, war immer noch irgendwo nach oben gerichtet zum Gutenberg-Dach, ob da noch irgendjemand schießen könnte. Im Gegensatz zu heute hat die Polizei damals keine Pläne vom Schulgebäude. Deshalb muss der Hausmeister helfen. Er kennt jeden Winkel des Gymnasiums. Und im Haus bin ich dann mit den SEK-Beamten alle Etagen durchgelaufen, einschließlich Dachboden, um Verwinklungen des Hauses zu zeigen, wo sich eventuell irgendeine Person verstecken könnte. Raum für Raum durchsucht das SEK. Die Männer müssen mit allem rechnen, auch dass es noch einen zweiten Täter gibt. Schließlich erreichen die Einsatzkräfte das Zimmer 111. Es ist verschlossen. Als sie die Tür öffnen, finden sie den Täter Robert Steinhäuser tot auf dem Boden. Er hat sich selbst erschossen. Erst nach endlos langen Stunden werden die letzten Abiturienten vom SEK in Sicherheit gebracht. Darunter auch André Försters Tochter. Bis dahin weiß keiner, wie es dem anderen ergangen ist. Erst als alle Etagen sozusagen clean waren, abgesichert wurden, wurden die Abiturienten eigentlich in Schlangenlinie über jeden Flur geführt. Und diese Toten oder Verletzten waren also nur einfach durch Tücher abgedeckt, sodass da immer arme Beine rausgeschaut haben. Und da ich verschiedene Uhren habe, hat also meine Tochter immer geguckt. Das hat sie mir aber Monate später erst gesagt, ob da irgendeine Uhr von mir dabei ist. Die Rettungskräfte haben einen zentralen Sammelplatz für Betroffene und Angehörige abseits der Schule eingerichtet. Auch für sie ist dieser Einsatz eine völlig neue Herausforderung. Deshalb läuft auch dort nicht alles rund. In der Nachschau haben wir viel natürlich darüber geredet, auch strategisch, wie hätte man besser vorgehen können oder wie hätte man das vereinen können. Es gab genau zwei Einsatzstellen, nämlich einen in der Schule und einen außerhalb der Schule. Aber die Kommunikation untereinander, da gab es nichts. Ich wusste nicht, was draußen war, die wussten nicht, was drin war. Da gab es für mich erkennbar zum damaligen Zeitpunkt überhaupt keine Struktur. Der Rettungsdienst in Erfurt hat nach dem Amoklauf Konsequenzen gezogen. Seitdem läuft alles über eine einheitliche Führungsstelle in direkter Abstimmung mit der Polizei. Und auch dort hat sich viel geändert. In allen Bundesländern wurden die Einsatzkonzepte gerade im Bereich Amok angepasst und wurden länderspezifisch entsprechend auch neu entwickelt. Der entscheidende Unterschied ist, dass wir in kleinen Teams sofort in das Gebäude jetzt reingehen würden. Doch das muss trainiert werden. An der Polizeifachhochschule in Aschersleben in Sachsen-Anhalt werden junge Polizisten nach der neuen Einsatztaktik ausgebildet. Im Gegensatz zu früher muss jeder normale Streifenpolizist jetzt in der Lage sein, selbst einen Amokläufer auszuschalten, ohne auf das SEK zu warten. Es knallt in irgendwelchen Ecken. Man kann nicht sagen, aus welcher Richtung es knallt, weil dadurch, dass das Gebäude größtenteils leer geräumt ist, halt das aus sämtlichen Richtungen. Hier wird geschrien, dort schreit jemand, hier rennt jemand vorbei und man muss in Sekundenbruchteilen schalten. Ist das jetzt ein Schüler oder ist das jetzt derjenige, der hier die Amoktat begeht? Für die Polizeischüler ist die Übung extremer Stress. Schnell wird klar, der Einsatz der Waffe kostet selbst in einer Übung Überwindung. Wenn es dann soweit ist, wenn man wirklich mal eine Waffe gegen eine Person eingesetzt hat, dann denkt man sich wahrscheinlich, oh mein Gott. Letztlich ist alles nur eine Übung. Die Waffen sind nicht scharf. Aber sie alle wissen, im Ernstfall kosten Fehler Menschenleben. Und genau das ist es, worauf es Amok-Täter abgesehen haben. Möglichst viele Menschen zu töten. Das untermauert auch die Kriminologin Britta Bannenberg in einer aktuellen Studie, in der sie über 20 Amok-Taten von Jugendlichen in Deutschland untersucht hat. Insbesondere die jungen Amok-Täter wollen voller Wut und Hass Rache nehmen, meistens an der gesamten Gesellschaft. Aus ihrer Sicht fühlen sie sich immer angegriffen, fühlen sich als Opfer. Und dafür soll die Gesellschaft büßen. Und gleichzeitig wollen sie bekannt werden, berühmt werden und sei es auch nur im Internet, indem sie dann in die Hitlist derjenigen mit den meisten Todesopfern aufgenommen werden. Erfurt ist nicht der erste Amoklauf an einer Schule in Deutschland. Bereits am 25. Mai 1871 verletzt in Saarbrücken in einer Kirche, die damals als Gymnasium genutzt wird, ein Schüler mit Revolverschüssen zwei seiner Mitschüler schwer. Auf das Lehrerkollegium hat es der Amokläufer damals nicht abgesehen. 20. Juni 1913 Bremen. An der St. Marienschule ist der Täter diesmal ein geistig verwirrter Lehrer. Er verletzt 23 Menschen, teils lebensgefährlich und tötet fünf Grundschülerinnen. Der Trauerzug bei der Beerdigung ist kilometerlang. Erschreckend großen Einfluss auf die Amokläufe der letzten Jahre hat die Tat 1999 an der Columbine High School in den USA. Es ist der blutigste Amoklauf, den es je an einer amerikanischen Schule gegeben hat. Die Tat an der Columbine High School war einfach anders, weil durch Zufall eine Standkamera der Cafeteria große Teile des echten Tatgeschehens aufgezeichnet hat. Und dieses Video ist ins Netz gelangt und das hat geradezu Fetischcharakter für Tatgeneigte. Das ist das Originalvideo aus der Cafeteria der High School. Als die Täter in die Menge schießen, kommt es zu einer Massenpanik. Auf dem Video sind die beiden Schützen schwer bewaffnet zu sehen. Sie zünden Sprengsätze und erschießen bei ihrer Tat zwölf Schüler, verletzen 24 weitere Menschen teilweise schwer. Am Ende erschießen sich die Täter selbst. Die Columbine-Täter sind auch ein Vorbild für Steinhäuser, der am 26. April 2002 am Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen tötet. Und auch der Amokläufer, der vier Jahre später in Emstetten Schüler und Lehrer verletzt, ist vom Columbine-Massaker fasziniert. Sebastian B. schießt mit einer Waffe bereits auf dem Schulhof um sich. Im Gebäude zündet der Täter mehrere Rauchbomben. Aber anders als in Erfurt vier Jahre zuvor ist die Polizei hier innerhalb weniger Minuten in der Schule und sucht nach dem Täter. Der hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst getötet. Dann kommt der 11. März 2009. Winnenden. Eine idyllische schwäbische Kleinstadt. Die Stadt, in deren unmittelbarer Nähe Gisela Mayer zu Hause ist. Die ältere ihrer beiden Töchter Nina ist 2009 an der Alberville-Realschule Referendarin. Sie war fast schon fertig. Sie hat noch eine kleine mündliche Prüfung. Aber sie war ja schon Referendarin, dann wäre sie ganz fertig gewesen. Sie hatte auch schon eine Stelle. Also es war eigentlich alles wirklich gut. Nina Mayer ist an jenem 11. März 2009 mit über 500 Mädchen und Jungen in der Schule. Um 9.30 Uhr fallen plötzlich Schüsse. Der 17-jährige Tim K., ein ehemaliger Schüler der Realschule, läuft mit einer Pistole und über 200 Schuss Munition durch das Schulhaus. In meisten Opfern schießt er von hinten in den Rücken. Und auch er passt genau ins Bild. Er hatte im Grunde Hass auf alle, auf Mädchen insbesondere, aber auch nicht nur. Er hat seine Umwelt verachtet. Und er hat das dann in der Tat auch zum Ausdruck gebracht, sehr massiv zum Ausdruck gebracht. Die Rektorin der Schule reagiert und gibt bereits nach den ersten Schüssen über die Sprechanlage eine Warnung durch. Nach Erfurt gilt an vielen Schulen der Satz, Frau Koma kommt, als Codewort für einen Amoklauf. In einem solchen Fall sind Schüler und Lehrer angewiesen, sich in ihren Zimmern einzuschließen und in sicheren Ecken zu verschanzen. Kurz nach den ersten Schüssen ist auch die Polizei alarmiert. Der heutige Leiter des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, Ralf Michelfelder, ist damals der Einsatzleiter. Wir erhielten Notrufe aus den Klassenzimmern. Im Hintergrund konnten sie hören, wie geschossen wurde. Da gab es überhaupt keine Zweifel daran, dass hier ein Amoklauf vorliegt. Die Kollegen an der Notrufzentrale haben dann sofort das Polizeirevier Winnenden in Marsch gesetzt. Drei Beamte des Polizeireviers Winnenden waren dann drei, vier Minuten später am Tatort. Haben nicht abgewartet, sondern sind sofort ins Gebäude rein, sind vom Täter beschossen worden. Haben de facto den Täter in seinem Tatablauf gestört. Der Täter entkommt, kann aus der Schule fliehen. Unbemerkt von den Polizisten. Die glauben, er habe sich im Schulhaus versteckt. Währenddessen gehen auch beim Rettungsdienst in Winnenden Notrufe ein. Sandra Rühle gehört zum ersten Rettungsteam, das an der Schule ankommt. Die Sanitäter wissen nur, in der Schule soll jemand geschossen haben. Und da standen dann auch schon einige Schüler unten auf dem Schulhof, die uns gefragt haben, was los ist. Sie haben irgendwas gehört. Da wusste man schon gar nicht, was macht man jetzt mit denen. Schickt man die irgendwo rein? Lasst man die da stehen? Man ist so ein bisschen kurz überfordert. Dann geht auch noch unter Schule selber das Fenster auf und es kommen Hilferufe nach unten. Hilfe, hier sind Verletzte! Dann ist die Frage, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt rein oder gehe ich nicht rein? Ich weiß ja gar nicht, was drinnen los ist. Ist er noch drin? Ist er nicht mehr drin? Die Rettungskräfte entschließen sich, gemeinsam mit einem Polizisten ins Schulgebäude zu gehen. Es ist ein Risiko, aber sie wollen helfen. Im Haus selber war es mucksmäuschenstill, alle Türen waren verschlossen. Im Gang dann oben hat man die ersten zwei Personen liegen sehen, wo man dann natürlich auch erstmal hineilt und guckt. Und dann sieht, dass die tot sind und es gar nicht wahrhaben will. Das Rettungsteam geht weiter in Richtung des Klassenzimmers, aus dem die Hilferufe kommen. Dort liegt eine Lehrerin auf dem Boden. Schüler kümmern sich um sie. Die haben dann Platz für uns gemacht und haben gesagt, wir sollen ihr doch helfen. Klar haben wir dann auch geschaut. Wir haben uns gekümmert, haben uns zu ihr runtergebeugt und geguckt. Haben die Schülerinnen dann auch relativ schnell weggeschickt, weil man einfach gesehen hat, dass sie schon eine größere Schädelverletzung hatte durch den Einschuss. Und wollten einfach die Schüler auch vor diesem Anblick bewahren. Mittlerweile sind über 800 Polizisten vor Ort, deren Einsatz koordiniert werden muss. Das ist damals die Aufgabe von Polizeidirektor Peter Höhnle. Aber genau wie in Erfurt sind das Handynetz und der damals noch analoge Polizeifunk hoffnungslos überlastet. Was dann dazu geführt hat, dass ich die Kräfte vor Ort quasi in althergebrachter Form führen musste. Zum Teil mit Meldung. Also ihnen einen Auftrag geben. Dann sperren sie da und da ab, gehen sie rüber, tun das, sichern sie das und kommen sie zurück und melden mir, dass es so umgesetzt wurde. Die Polizisten wissen zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht, wo der Täter ist. Der ist inzwischen aus der Schule geflohen, tötet auf seiner Flucht weitere Menschen. Eine neue, nie dagewesene Situation. Wenn bisher ein Amoklauf klar war, das ist eine stationäre Situation und die wird sich nicht verändern vor Ort. Weil entweder der Täter hat keine Opfer mehr, der Täter hat keine Munition mehr, der Täter erschießt sich selber oder wird er von der Polizei erschossen. Das waren die bisherigen Handlungsalternativen für einen Amoklauf, wie wir ihn kennen. Und jetzt haben wir hier eine Lage, die dynamisch wird. Der Täter kidnappt auf seiner Flucht einen Autofahrer, zwingt ihn mit ihm wegzufahren. Auch das geschieht unbemerkt von der Polizei. Der Amokläufer hat jetzt eine Geisel. Wir hatten einen Täter, der zu allem entschlossen ist. Parallel dazu eine nachvollziehbare, enorme Hysterie in der Bevölkerung. Mit vielen Anrufen und Hinweisen, wir haben einen Verdächtigen da gesehen, wir haben jemanden dort gesehen. In der Schule rufen Kinder um Hilfe, hier hat es geknallt. Das heißt, wir hatten nicht nur einen, oder wir hatten nicht nur einen Tatort zu bewältigen, sondern wir hatten auf einmal viele. Dem entführten Autofahrer gelingt die Flucht. Erst als er sich bei der Polizei meldet, wissen die Beamten wieder, wo sich der Täter aufhält. Er ist 50 Kilometer von Winnenden entfernt in einem Gewerbegebiet. Und noch immer schwer bewaffnet. Es gab leider Gottes dort weitere Tote in einem Autohaus, in das der Täter geflüchtet ist. Und anschließend auf der offenen Straße, im Schusswechsel mit der Polizei, am Ende hat sich der Täter selbst erschossen. Diese Situation zeigt ein später im Internet veröffentlichtes privates Video. Der dramatische Einsatz von Winnenden hat die Polizei in Baden-Württemberg noch lange danach beschäftigt. Die besondere Ausrüstung für Amok-Einsätze ist noch einmal verbessert worden. Schulter und Kopf sind jetzt noch umfassender geschützt als zuvor. Sie wird eigentlich angelegt bei schwere Einsatzlagen, also wenn zum Beispiel Messe im Spiel ist, bei Amoklagen, was soll ich sagen. Einmal habe ich sie bisher gebraucht im Einsatz, sonst noch nicht. Klar, es ist ein bisschen schwerer, man gewöhnt sich dran. Sie ist relativ ergonomisch konstruiert und der entsprechende Mehrwert an Schutz macht das wiederum mit. Nach dem Amoklauf in Winnenden ist auch die damalige Einsatzzentrale der Polizei umgestaltet worden. 2009 gibt es hier noch das analoge Funknetz der Polizei, jetzt ist bundesweit alles digital. Wo die einzelnen Streifenwagen sind und bei welchem Einsatz, ist jetzt mit nur einem Blick auf den Monitoren zu sehen. Das sind Dinge, die waren früher so überhaupt nicht denkbar, sind bei uns jetzt Standard und erleichtern das polizeiliche Arbeiten enorm. Im Lagerraum nebenan sitzen im Krisenfall jetzt Vertreter aller Einsatzkräfte. Also Sie sehen hier beginnend, also die Fremdkräfte, das ist das THW, das DRK, die Feuerwehr vom Landratsamtvertreter bzw. der jeweiligen Stadtvertreter. Wir haben hier die Staatsanwaltschaft und hier im engsten Kreis die Spezialeinheiten. Also das SEK, die Verhandlungsgruppe, die Beratergruppe und das MEK, die hier um den Polizeiführer herum quasi die Lage im Kern bewerten. 2009 gibt es all das noch nicht. Aber es gibt schon damals einen Notfallplan, basierend auf den Erfahrungen von Erfurt. Trotzdem sind auch in Winnenden viele Menschenleben zu beklagen. Gisela Mayer erfährt damals erst nach vielen endlos langen Stunden, dass auch ihre Tochter Nina unter den Opfern ist. Das ist ein Gefühl, so als verschwindet der Boden unter den Füßen. Das ist Weltuntergang im wörtlichen Sinn. Ihre Tochter ist eines von insgesamt 15 Opfern, die heute einen Platz im Gedenkraum der Alberville Realschule haben. Am 11. März 2009 ist dieser Raum ein Klassenzimmer, in dem fünf Mädchen und ein Junge erschossen werden. Das Gefühl, wehrlos zu sein, für Gisela Mayer wird es zum Anlass, die Stiftung gegen Gewalt an Schulen zu gründen. Sie will mit präventiver Beratung helfen, Amokläufe zu verhindern. Da haben wir inzwischen mit der Uni Gießen ist das eine Kooperation aufgebaut, ein Beratungsnetzwerk. An dieses Beratungsnetzwerk kann sich jeder wenden, der in einer unklaren Situation steckt. Das heißt, in einer bedrohlichen Situation, bei der nicht so ganz klar ist, soll man jetzt das SEK rufen oder soll man vielleicht doch eher den Schulpsychologen fragen oder müssen wir einfach nur die Eltern anrufen. An der Universität Gießen geben die Kriminologin Britta Bannenberg und ihre Kollegen Hilfestellung am Telefon. Die Menschen schildern, warum sie besorgt sind, welche Äußerungen oder Verhaltensweisen ihnen Angst machen und warum sie an eine Amoktat denken. Und wir fragen dann ganz genau nach, welche Verhaltensweisen, welche Äußerungen, welche Persönlichkeit hat die Person, über die sie besorgt sind. Dann gab es einen situativen Anlass, der vielleicht erklärt, warum es zu dieser Äußerung kam. Kann man also Entwarnung geben eher oder muss man sich noch mal genauer gewisse Dinge anschauen. Im Zweifel, wenn es brenzlig wird, empfehlen wir die Einschaltung der Polizei, geben aber auch schon eine Stellungnahme, warum wir das Verhalten für besorgniserregend und gefährlich halten. Seit 2015 haben sich insgesamt 60 Eltern, Lehrer und Schüler beim Beratungsnetzwerk gemeldet. Teilweise mit einem konkreten Amok-Verdacht. Und es gab Polizeieinsätze, bei denen etwa dem Vater oder auch dem Erwachsenen bedrohlichen Menschen die Waffen weggenommen wurden, Einweisungen in die Psychiatrie stattfanden. Da kann man davon ausgehen, dass das nicht einfach nur eine Vermutung war, die an den Haaren herbeigezogen war. Die Alba-Will-Realschule ist nach dem Amoklauf aufwendig umgebaut worden. Seitdem ist Sven Kubik Rektor der Realschule, die heutzutage auch Vorbildcharakter in puncto Sicherheitsausstattung hat. So, wir sind jetzt hier im Sekretariat der Alba-Will-Realschule. Hier sehen wir die traditionell, also die alte Sprechanlage, wie sie früher war. Das heißt, man musste hier einfach zwei Knöpfe drücken, reinsprechen noch. In einer Notfallsituation kann man sich vorstellen, dass derjenige, der hier sprechen muss, auch sehr nervös ist. Um hier irgendwelche Fehler auszuschließen in Zukunft, hat man dieses System automatisiert inzwischen. Das heißt, es gibt eine automatisierte Sprachdurchsage. Diese sagt den Schülern ganz klar, dass sie sich in sichere Bereiche begeben sollen, die Türen verschließen sollen und dort verweilen sollen. Mit diesem Transponder kann die Durchsage ausgelöst werden. Er hängt in jedem Zimmer. Jeder Lehrer hat diesen Chip und kann sozusagen auch dann dezentral irgendwo diesen Alarm auslösen. Die Folge wäre, wie gesagt, dann, dass die Sprachdurchsage kommt, aber auch, dass die Polizei hier wäre. Die einzelnen Klassenzimmer sind mit besonderen Türschlössern gesichert. Die Türen haben einen Mechanismus, der automatisch verriegelt. Den kann ich nur mit diesem Chip hier sozusagen dann öffnen. Von innen können auch die Schüler jede Tür verriegeln und auch wieder entsperren. Eindruck auf diesen grün-schwarzen Taster genügt. Somit haben wir die Sicherheit, dass die Schüler auch ohne Lehrer den Raum verschließen können. 2009 ist daran nicht zu denken. Damals ist sogar die Beschilderung der Klassenzimmer für die Polizei ein Problem. Bei Wienenden ist uns aufgefallen, dass die ersten Notrufe aus den Klassenzimmern kamen mit der Nummer 305 und 301. Jetzt drängt sich für den Normalbürger auf Klassenzimmer 301 oder 305. Das ist bestimmt im dritten Stock. In Wienenden war das im ersten Stock. Deshalb haben wir ein einheitliches Orientierungssystem für Interventionskräfte entwickelt und das auch flächendeckend umgesetzt. Deshalb hat die Alberwil-Realschule heute an vielen Stellen außen und innen diese Kennzeichnung. Die Farbsymbole sind auch Bestandteil eines Krisenplans. Jede Schule hat einen Krisenplan vorliegen. Jede Schule aktualisiert ihn. Der Polizei legt derselbe Krisenplan nochmals vor. Das heißt, die Polizei weiß genau, welches Gebäude in welcher Farbe gekennzeichnet ist. Der Lehrer, der in einem Zimmer steht, der sieht auch die Farben sozusagen auf den Schildern des Gebäudes. Das kann dann auch sagen, ich bin in einem grünen Gebäude und es ist die Raumnummer noch drauf. Und so hat jede Schule hier in Wienenden zum Beispiel ihre Farbgebung, also jedes Gebäude hat eine Farbgebung. Und in den Krisenplänen sind Ansprechpartner für den Notfall drin. Zusätzlich hat jede Schule ein Krisenteam, das geschult wird, das immer wieder fortgebildet wird auch. Und das genau weiß, wie in welchem Krisenfall zu reagieren ist. Nicht nur in Wienenden, auch am Erfurter Guttenberg-Gymnasium gibt es seit dem Amoklauf ein Krisenteam und den zugehörigen Krisenordner. Aber 15 Jahre nach dem Amoklauf mangelt es bundesweit noch immer an Schulpsychologen. Der Schulpsychologe, der an ein Haus gehört, um Kontakt zu pflegen, um Beziehungen aufzubauen zu den Menschen, sowohl den Kindern, den Eltern, auch den Lehrkräften, den haben wir bis heute leider nicht. Das ist eine Forderung, die muss man weiter aufmachen. Weil Krisenintervention ist ein Paket, schulpsychologische Arbeit ist viel breiter angesehen. Also Eltern bedürfen mehr denn jeder Unterstützung, auch durch professionelle Begleitung, Schüler auch und auch Lehrkräfte. Auch das Guttenberg-Gymnasium ist nach dem Amoklauf komplett umgebaut worden. Hier gibt es jetzt in vielen Fluren und Zimmern spezielle Alarmmelder. Im Ernstfall wird nun automatisch sofort die Polizei alarmiert. Christiane Alt weiß, an vielen Schulen ist selbst das noch nicht einmal Standard. Denn es ist wie so oft eine Frage des Geldes. Das macht mich natürlich wütend und deswegen nutze ich auch jede Gelegenheit, das noch einmal zu sagen. Und empfange auch gerne Schulträger, Gäste aus anderen Bundesländern, anderen Schulen, Elternvertreter, selbst Schülervertreter, die sich das Problem auf die Fahne geschrieben haben. Und zeige ihnen, was es hier gibt und ermuntere sie auch, ihre Anträge weiterhin artig zu stellen, um den Finger auf diese Wunde zu legen. Die Polizei ist jetzt bundesweit weitaus besser aufgestellt als 2002. Doch für Andreas Duporn steht fest, jeder Amok-Einsatz ist anders. Eine hundertprozentige Vorbereitung für Amoklagen oder andere lebensbedrohliche Lagen kann es aus meiner Sicht nicht geben. Dafür gibt es einfach auch zu viele Beispiele, die wir seitdem erleben mussten. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir als Polizisten selbst mit unserer jetzigen Ausstattung und mit den Trainings, die wir auch zukünftig erhalten werden, besser auf diese Lagen vorbereitet sind als 2002. Das war's wohl.